Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der Donnerstag, 10. Mai 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 370, heute am Auffahrt-Donnerstag, wo die wahrscheinlich meisten, oder sagen wir recht viele von euch, frei haben werden. Die heutigen Themen sind der Facebook-News-Chat, Ich beginne mit dem Facebook-News-Chat-Pod. Gerade um die F8 ging natürlich einiges im Bereich AI oder besserer KI durch die Gänge und Ränge und da schließt jetzt Blick sich hinten an. Seit sechs Monaten ist man anscheinend mit einer österreichischen Firma am entwickeln und jetzt ist es endlich soweit, das Teil ist da. Es nennt sich Blicki und ist ein vollautomatisierten News-Pod, der Nachrichten für Schweizer, in dem Fall jetzt halt eben mit Blick, das ist ein Schweizer Medium, korrekt bringt mit, jetzt meinten ist es geografisch auf denjenigen Nutzer runtergebrochen und natürlich auf dessen Interessen, wie Sport etc. Das heisst, ihr könnt dem News-Pod auf Facebook in Zukunft sagen, gib mir die neuesten Resultate aus dem Sport oder was sind die aktuellen Artikel zum Trump und was steht da noch so in dem Richtung, in der Richtung und so kann man sich das Ganze individualisieren und bekommt dann eben per Intelligenz die neuesten und interessantesten Geschichten zugeschanzt. Das ganze System ist wie gesagt aus Österreich und muss jetzt zuerst eingeschweizert werden. Schade hat man es nicht direkt in der Schweiz gemacht, dann wäre es von Anfang an ziemlich richtig schweizerisch. Halt mit Grüezi und Sully und etc. Aber ja, wir dürfen gespannt sein und ich werde mir den Bot sicherlich mal austesten und gegebenenfalls irgendwo darüber berichten auf meinen ganzen Plattformen. Gehen wir zum nächsten. Wir bleiben aber im Bereich Medien. Man weiss ja nicht erst seit zwei Tagen, dass Apple in Zukunft und ziemlich sicher an der WWDC das Ganze zeigen wird, eine Plattform bringen wird für Zeitschriften. Neben dem, dass sie ja schon Bücher und Musik etc. verkaufen, gibt es da eine Plattform mit Flatrate oder auch ohne, wie auch immer, um sich Artikel oder einzelne Magazine zu kaufen, besser gesagt. Oder auch Artikel, das weiss man nicht so genau. Und in dem Zug gibt es ein neues Gerücht. Anscheinend ist Apple angetan, sich mit Condé Nast, ich hoffe, ich spreche das einigermassen richtig aus, zu kooperieren oder respektive die Firma ganz aufzukaufen. Wem das nichts sagt, keine Angst, hat mir auch nichts gesagt, aber die Magazintitel, die dahinter stehen, kennt ihr sicherlich. Glamour, CQ oder GQ, The New Yorker, Vanity Fair, Vogue und Wired Magazine, Ars Technica etc. gehören alle dazu. Eigentlich ein Milliardenunternehmen, aber dennoch haben sie im letzten Jahr 100 Millionen US-Dollar Minus gemacht, trotz den vielen Milliarden, die sie umsetzen konnten. Und somit sind sie natürlich ein guter Übernahmekandidat, aber laut Chef von eben genannter Firma ist es anscheinend so, dass sie nicht zum Verkauf stehen. Aber das will ja nichts heissen. Wir dürfen gespannt sein, die WWDC wird ja nicht, oder wartet ja nicht mehr so lange auf sich. Dann gibt es Neuigkeiten für unter anderem Deutschland, interessanterweise nicht Österreich. Vodafone kauft Unity Media. Und zwar nicht komplett, sondern den Bereich vom Kabel-Internet. Und das Tolle daran ist, somit wird Vodafone der erste Anbieter neben der Telekom, der das gesamte deutsche Gebiet abdeckt, also alle Bundesländer, und somit ein richtiger Kandidat für eben genannte Telekom werden kann. Da dürfen wir natürlich gespannt werden. Da könnte sich in Sachen Preisen, nee, ich glaube Preisen nicht, aber vielleicht das eine oder andere Megabyte mehr pro Monat in der Flat oder sogar richtige Flats tun. Wir dürfen den deutschen Kunden die Daumen drücken. Dann geht es weiter mit Devalo. WLAN-Repeater, das kennt ihr sicherlich. Der eine oder andere von euch nutzt es auch, um auch den hintersten Raum und der hinterste Zimmer, und natürlich auch die Toilette, mit WLAN zu versorgen. Doch das genügt nicht, denn es kommt der Sommer, da will man draussen sitzen, vielleicht draussen sogar irgendwelche Filme geniessen, oder natürlich typischerweise Sportgroßevents, die immer stattfinden im Sommer, geniessen. Und da muss natürlich das WLAN auch vorhanden sein. Da ist es aber schwierig, denn das Zeugs oder das Gadget sollte da natürlich auch wetterbeständig sein. Und da liefert jetzt eben Devalo ein Produkt aus. Was es genau ist, daily.geektalk.ch, da könnt ihr nachlesen und euch das Ganze anschauen. Wir haben das verblockt. Weiter geht es mit Android P. Gestern vorgestellt als das neue kommende Betriebssystem von Android, und was es aktuell in Beta gibt. Und jetzt weiss man auch, welche Geräte das unterstützt werden. Darunter sind Hersteller wie zum Beispiel Essential, Opel, Xiaomi, Google, Sony, Nokia und Vivo. Ja genau, ihr habt richtig gehört. Weder Huawei noch Samsung und noch sonst irgendwelche grösseren Grössen. Alles eher so chinesische Firmen. Gut, Sony nicht ganz, Google natürlich auch nicht. Und doch, Nokia ist ja mittlerweile auch ein Chinese irgendwie, wenn man das so sagen darf. Und von den einzelnen Geräten Herstellern sind es natürlich ja irgendwie ein Modell pro Hersteller. Ausser Google selber, die haben natürlich zwei, drei Telefone, die man updaten kann. Aber noch ist das Feld sehr, sehr dünn. Muss man schauen, ob er eines von meinen darunter ist. Und vielleicht werde ich es mal einspielen, wenn ich dann Zeit und Lust habe. Das US-Militär kooperiert, oder besser gesagt, Uber kooperiert mit dem US-Militär, um die Flugtaxi-Geschichte ein bisschen voranzutreiben. Denn das Ziel von Uber ist bis zum Jahre, jetzt habe ich es nicht mehr genommen gehabt, 2023 glaube ich, mit Flugtaxis unterwegs zu sein. Und die große Hürde bei den Geschichten ist ja, die ganzen Flughäfen mussten immer weiter aus den Städten rauswandern oder wurden dann wiederum zingelt und dann gibt es Probleme. Die große Herausforderung ist eben, dass die Geräte, die dann eben durch die Luft fliegen, die Taxis, sehr, sehr leise sind. Zumindest nicht lauter als der Autoverkehr, den man bis heute kennt. Und genau deshalb mit vertikalen Rotoren etc. arbeitet man mit dem amerikanischen Militär zusammen, was grundsätzlich Sinn macht. Denn woher kommen die ganzen Erfindungen? Meist vom Militär. Da sind ja die Millionen für die Forschung. Google hat während der Google I.O. noch eine coole App rausgehauen für Leute, die Mühe haben mit dem Sehen und oder gar blind sind. Neu könnt ihr das Gerät, euer Smartphone, so in den Hals hängen oder in die Brusttasche stecken. Einfach so, dass die Kamera rausschaut. Und durch einmaliges Antippen werden die getriggert und können euch dann helfen, wenn ihr eben dann Mühe habt mitzusehen. Sei es, indem sie euch ein Rezept, ein Buch oder was euch immer vorlesen. Oder auch sagen, wo das die Schere, wo das, ja, ein Beispielvideo so drin gewesen, wo das sich die Schere befindet etc. Eine ganz, ganz spannende App. Und natürlich noch viel wichtiger, ihr könnt erraten lassen durch die Google I, also durch die künstliche Intelligenz, besser gesagt KI, kann das Smartphone erkennen, was vor euch ist, Pflanzen oder was auch immer, und sagt euch dann, was ihr vor euch habt, wenn ihr es nicht selber drauf kommen könnt, weil ihr es immer nicht seht. Der Schweizer Bundesrat hat erste Wege gemacht oder erste Schritte gemacht im Bereich von Datennutzung in der Schweiz. Das grosse Gut, das Gold oder das, wie sagen wir, das Öl der Zukunft sind ja Daten und der nicht wenig. Das hatten wir ja schon ganz stark in den letzten Wochen mit dem Datenskandal rund um Facebook und Co. Und deshalb möchte man eben da gesetzmässig gewisse Dinge regeln. Und zwar so, dass es zum einen sinnvoll ist für den Nutzer, also für den Einwohner, aber auch sinnvoll ist in dem, dass es eben nicht übertrieben wird in der Datensammlung etc. Und da setzt die Schweiz ganz stark auf Open Source, gibt ja opendata.swiss schon jenste Möglichkeiten bei bundähnlichen Organisationen wie der SBB, also in der Bundesbahn und der Post und so weiter. Da gibt es ja schon einiges an Daten und das soll sich noch stärker und viel weiter ausbauen. Da dürfen wir gespannt sein und ich hoffe, dass die Schweiz ein bisschen vorantreibt, denn ja, wir möchten ja nicht stehenbleiben und irgendwo dann ins Hintertreffen kommen. Bevor man ins Hintertreffen kommt, sollte man beim Kommunizieren darauf achten, dass man auf Verschlüsselung setzen kann. Da gibt es ja diverse Messenger, vorinstallierte oder auch zum Nachinstallieren. Eine neue Möglichkeit, die es in Zukunft geben wird, Twitter testet aktuell gerade Secret Conversations, wenn sie das so schön nennen, das heisst geheime Konversation, sprich DMs, die verschlüsselt sind, eine End-to-End-Verschlüsselung. Spannend und sicherlich nicht unwichtig, dass man da jetzt auch nachgezogen hat, weil wenn man so schaut, all die grossen wie WhatsApp und Facebook etc., die haben schon Verschlüsselung drin, außer Google logischerweise, weil die wollen ja die Daten. Aber ja, das waren die ganzen Themen, die ich heute für euch bereit habe. Ich hoffe, ihr könnt euren heutigen und freien Tag genießen. Der eine oder andere hat vielleicht sogar eine Brücke eingerichtet über den Freitag und geniesst dann ein verlängertes Wochenende. Wie auch immer ihr das handhabt, euch heute einen wunderschönen und erfolgreichen Tag und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wieder hören. Euer Pokipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.